K wie kalifornische Windel. Ein anderer Name dafür wäre Systemwindel. Diese Windeln sind rechteckige Tücher. Sie haben mehrere Lagen Stoff, die miteinander drumherum vernäht werden. In der Mitte ist es zusätzlich meistens noch mal ein bis zwei Lagen an Stoff, der hier eben die Saugkraft verstärkt. Du siehst auch, dass es immer hier Mittelnähte gibt und diese Systemwindeln oder kalifornischen Windeln können dann dort umgeklappt werden, einfach so in eine Überhose gelegt werden. Sie können als zusätzliche Einlage verwendet werden oder aber sie werden in einer anderen Form an deinem Baby angelegt und dann mit einem Snappy festgehalten. Bis zum nächsten Mal.